Roboter sind Maschinen, die sich selbstständig bewegen und verschiedene Tätigkeiten erledigen können. Das unterscheidet die Roboter von ferngesteuerten Maschinen, die Befehle von Menschen brauchen und damit nicht selbstständig sind. Die Versuche, Arbeit von Menschen durch Mechanik zu ersetzen, gehen weit zurück. Schon in vorchristlicher Zeit erfanden die Griechen einfache Automaten. So entstand die erste wasserbetriebene Uhr. Ein besonderes Problem bei der Entwicklung von Maschinen, die sich selbstständig bewegen, ist die Orientierung. Der erste sehende Roboter entstand mit Hilfe von Fotozellen. US-Forscher von der Universität von Kalifornien haben einen Roboter entwickelt, der dreidimensional sehen kann und in der Lage ist, Handtücher zu falten und dann aufeinander zu stapeln. Diese Fähigkeit ist wichtig, damit Roboter sich in Zukunft auch in einem Raum, der ihnen unbekannt ist, bewegen können, ohne gegen die Wände zu stoßen. Auch Roboter, die hören können, gibt es bereits seit einigen Jahrzehnten. So entwickelte die Wasida Universität in Japan 1973 den Wabot 1. Der Roboter konnte hören, sehen, tasten, laufen und sich mithilfe eines Sprach-Synthesizers sogar unterhalten, sodass seine Entwickler ihm die Intelligenz eines 18 Monate alten Kindes bescheinigten. In der Industrie wurden Roboter erstmals in den 1960er Jahren eingesetzt. Sie wurden unter anderem an den Fließbändern des Autoherstellers General Motors für sich wiederholende und gefährliche Arbeiten eingesetzt. Bereits 20 Jahre später wurde der Einsatz von Robotern in der Autoherstellung zur Routine. So gibt es in Chemieunternehmen, Automationsstraßen, die komplexe Arbeitsabläufe vollständig übernehmen. Inzwischen übernehmen Roboter in vielen Bereichen Tätigkeiten, die der Mensch ungenauer, langsamer oder überhaupt nicht ausführen kann. Letzteres gilt besonders für Missionen im Weltraum. Der Mars Rover Curiosity soll die Mars-Oberfläche untersuchen und Informationen über die Bodenbeschaffenheit und Atmosphäre auf dem Planeten zur Erde schicken. Die Roboterarme helfen bei Arbeiten an der internationalen Raumstation und reparieren defekte Satelliten. Die Erforschung der Ozeane wäre ohne Roboter ebenfalls undenkbar. Sie ergründen die Meerestiefen, helfen beim Erkennen von Umweltgefahren wie ausgelaufenem Öl oder bei der Schatzsuche. Auch in Krisengebieten können Roboter den Menschen ihren Dienst leisten. Sie werden bei Bränden eingesetzt, suchen nach Minen oder entschärfen Bomben. Neben all diesen Möglichkeiten gibt es inzwischen viele weitere Einsatzgebiete für Roboter. Ob im Haushalt als Staubsauger, im Operationssaal, im Labor oder im Kinderzimmer. Roboter gehören zum Alltag dazu. Bis zum nächsten Mal.